Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe von Barbecue-Bären. Heute handelt es sich wieder um eine kleine Sonderausgabe, denn die Barbecue-Freunde haben wieder eine Aktion gestartet, und zwar die Nacken-Aktion, wo jeder Kanal aus einem Nacken irgendwas Schönes auf dem Grill zaubert. Und dieses hier wird mein Beitrag dazu. Es gibt natürlich auch wieder was zu gewinnen. Mehrere Gewinne sogar, und nicht nur wie beim letzten Mal, so ein paar Kleinigkeiten. Diesmal schütten wir ein bisschen was mehr aus. Was genau, verraten wir erstmal nicht. Da müsst ihr dann, wenn MG Barbecue die Live-Verlosung macht, müsst ihr dann anwesend sein, sofern ihr hier bei dem Gewinnspiel überhaupt mitmacht, damit ihr irgendwas von den ganzen Gewinnen abgreifen könnt. Die ganze Sache wird so laufen wie letztes Mal. Jeder Kanal macht ein schönes Video und macht wieder ein Codewort ins Video mit einem Hashtag davor, wo ihr immer schön unten drunter kommentieren müsst. Allerdings, wie gesagt, bei jedem Kanal, nicht nur bei irgendeinem, sondern alle Videos gucken, alle Kanäle kommentieren. Und dann seid ihr mit im Lostopf. Und wenn MG Barbecue dann als letztes dran sind, beziehungsweise am Tag der Verlosung ihren Livestream machen, wo sie dann die Geschenke, sage ich schon, die Gewinne dann raushauen, dann könnt ihr da schön was gewinnen. So, und jetzt haben wir aber genug gesammelt. Jetzt gucken wir uns die Zutaten an und dann legen wir los. Ich werde heute Burnt Ends vom Schweinenacken machen. Und was ich da alles zu brauche, das gucken wir uns jetzt mal hier an. Da habe ich hier einen Schweinenacken. Der hat ca. 1,2 Kilo. Den haben wir von der Metzgerei Grob zur Verfügung gestellt bekommen für diese Aktion. Da bedanke ich mich noch mal recht herzlich dafür. Und auch beim Peter, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass wir die bekommen haben. Dann habe ich hier zwei Barbecue-Soßen. Was ihr dafür welche nehmt, wie gesagt, bleibt immer euch überlassen, was euch schmeckt, was ihr möchtet. Ich werde hier eine Mischung raus machen aus den Zweien. Dann habe ich hier ein Barbecue-Rub. Da könnt ihr auch einen nehmen, den ihr möchtet. Nach Wahl, ich werde den nehmen. Dann habe ich einmal Honig und einmal Zucker. Das war es alles, was wir dafür brauchen. Und jetzt fangen wir an. Wir fangen jetzt damit an, dass wir unseren Schweinenacken nehmen und in Würfel schneiden. Und zwar in so 4x4 cm Würfel, weil der hinterher beim Dämpfen bzw. Räuchern auch noch ein bisschen was an Masse verliert. Nachdem wir unseren Nacken jetzt hier in solche schöne Würfel geschnitten haben, werden wir die nehmen und erstmal richtig schön mit einem Barbecue-Watt würzen. Das Fleisch haben wir jetzt auch fertig gewürzt. Das nehmen wir jetzt. Stellen wir das nochmal so für 2 Stunden, lasse ich es jetzt im Kühlschrank stehen, damit das Gewürz noch ein bisschen durchziehen kann. Und dann geht es gleich weiter. Das Gewürz hatte jetzt 2 Stunden Zeit, vernünftig so ein bisschen einzuziehen. Jetzt habe ich hier von meiner großen Schweden-Wanne diesen mitgelieferten Rost liegen. Da nehmen wir uns jetzt die Würfel und positionieren die schön alle da drauf. Immer so ein bisschen Luft dazwischen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das soweit gemacht habe. Die Würfel habe ich jetzt alle schön hier auf dem Rost positioniert. Das Ganze hier nehmen wir jetzt, gehen damit an meinen Gassmoker und dann werden wir das Ganze für eine Stunde bei 120 Grad erstmal nur räuchern. Das Ganze hier nehmen wir jetzt. In der Zeit, wo unsere Würfel jetzt schön im Rauch liegen, werden wir schon mal unsere Soße anrühren, wo wir die Würfel nachher noch mal ein paar Stunden drinnen dämpfen werden. Und dann nehme ich immer eine Pulle hier von der Barbecue-Soße. Wie gesagt, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Die machen wir da rein. So, was ich eben natürlich wieder bei den Zutaten unterschlagen habe, ist Bier. Da braucht ihr so von so einer 0,33er die Hälfte ungefähr. Das schütte ich dann immer so hier rein und schüttel das noch mal ein bisschen auf, dass die ganze Barbecue-Soße aus der Pulle raus ist. Ich stelle das beiseite, damit sie mir nicht gleich um die Ohren fliegt. Dann nehme ich von der anderen Barbecue-Soße. Hau da einen guten Schuss mit bei. Dann Honig. Auch einen guten Schuss. Dann noch was von dem Barbecue-Wap, den wir eben verwendet haben. Und jetzt noch mal von diesem Bier Barbecue-Soße-Gemisch. Und das vermischen wir jetzt schön, dass das eine schöne Flüssigkeit ist. Dann ist die Soße, wo wir die Würfel gleich reinlegen werden, und schön drinnen rumrühren, dass überall an die Würfel-Soße drankommt. Auch schon fertig. Unsere Räucherphase ist rum. Jetzt nehmen wir uns unsere Würfel, packen die in die eben vorbereitete Soße, vermischen das Ganze gut miteinander. Dann nehmen wir Alufolie, machen die Aluschale richtig schön dicht zu. Dann nehmen wir das Ganze noch mal für zweieinhalb Stunden in den Smoker bei so 160 Grad. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 2,5 Stunden sind rum. Unsere Burnt Ends sehen jetzt so aus hier. Die habe ich gerade schön runtergeholt vom Grill. Diese werden wir jetzt nehmen. Einmal schön durchrühren, dass nochmal überall Soße und von dem Sud unten hinkommt. Und dann nehmen wir die nochmal und stellen die wieder so bei 160 Grad ohne Folie mit geöffnetem Deckel für eine Stunde in den Grill, dass das nochmal schön karamellisieren kann. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir probieren. Und wie ihr seht, die zerfallen schon so hier. Bis gleich. Jetzt sind wir wieder am Ende vom Video. Unsere Burnt Ends vom Nacken sind endlich fertig. Ich habe jetzt hier zwei Stück liegen. Die gucken wir uns mal an. Wenn ihr seht hier, wie ich die zerrücken kann, das ist hier... Boah, ist der Wahnsinn. Guck mal, wie zart die sind. Rauch sieht man auch. Boah, genial. Jetzt probieren wir. Wow. Wow, das ist der Hammer. Also ich sage jetzt schon persönlich vom Vorwerk, ich finde das schon besser mit dem Nacken als mit... ...wenn ich einen Schweinebauch nehmen würde. Das Ganze hat jetzt 4,5 Stunden gedauert. Ist eine Zeit, aber das ist es wert. Also wer das noch nicht mit dem Schweinenacken gemacht hat, den kann ich wirklich nur ans Herz legen. Mach das mal so. Versuch das. Das lohnt sich. Die Soße mit der Schärfe drin, die Süße und das. Und dann das Fleisch, wie das im Mund förmlich schmilzt. Das ist einfach nur genial. So, das war dann wiederum auch mein Beitrag zur Nackenaktion von den Barbecue-Freunden. Ich bin auch einer der Letzten, die das Video, sage ich mal, jetzt veröffentlichen. Also haltet euch ran, ihr wisst, was ihr tun müsst. Mein Codewort habt ihr im Video eingeblendet gesehen. Also fleißig kommentieren. Hashtag davor, das Codewort. Wie beim letzten Mal. Und natürlich auch noch bei den anderen vorbeischauen, sofern ihr das noch nicht getan habt. Weil, wie gerade schon mal gesagt, ich bin einer der letzten Videos. Wir sind kurz vorm Ende der Aktion. Also haltet euch ran, guckt bei den anderen nochmal vorbei, wenn ihr was gewinnen wollt. Es gibt einiges zu gewinnen. Und dann, wenn MG Barbecue den Livestream macht, natürlich auch anwesend sein, damit ihr dabei seid, wenn ihr gewonnen habt. Aber ganz wichtig, wie gesagt, alle Kanäle kommentieren. Nicht nur bei einem, sondern alle gucken und bei jedem mit deren Codewort kommentieren. So, dann war es das auch schon wieder von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, das übliche, Daumen hoch, freundlicher Kommentar. Den sowieso, sonst könnt ihr ja nicht gewinnen. Und natürlich, wenn ihr noch nicht getan habt, ein Abo. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es ein normales Video gibt. Bis dahin, macht's gut, ciao. Bis dahin, macht's gut, ciao.